Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf dem Borchersee 2017 mit dem Sachsen-Let's Player. Hallo, und den Werner. Hallo. Ich muss Holz abladen hier. Hm. No, no, no. Falsche Seite ausgewählt. Verdammt. So, 16.000 Flüssiggas. Passte. Wunderbar. Das ist noch nicht mal alles. Ich habe ja noch eine ganze Vorhoberei gekippt. Angerüsten. Start. Läuft. Okay. Also die zwei Sägewerke sind fast ganz voll. Hm. Mit Holz. Sehr gut. Arbeiter sind auch ausreichend da. Heißt, ein bisschen Flüssiggas und dann läuft die ganze Sache hier. Hm. Ja, lass mal liegen. Oder? Ne, lass mal nicht liegen. Äh, P. So, Randy, ich würde... Haben wir einen Traktor frei? Hm, wir haben noch einen. Also ja, ich bin ja mit einer LKW unterwegs. Dann würde ich vielleicht noch ein bisschen Gras mähen gehen, weil ich habe gesehen, Feld 9 ist schön saftig reif. Alles klar. Ist das in der Nähe von der BGA? Ist das in der Nähe von dem Sägewerk? Hm. BGA? Ach, vergiss es. Ich habe es verstanden. Du hast ja gesagt, du willst ein bisschen Holz sägen, oder? Nee, mähen. Abmähen. Gras. Gras. Mal rum in der Nähe von dem Sägewerk. Das Feld gehört uns. Ach so. Ja gut. Ist halt ein weiterer Weg. Nussens hättest du halt, wo du kurz das 36er gemietet hast. Oh, gut. Okay, ist okay. Äh, wo bin ich denn hier? Ach, ganz oben. Ja, wer hätt's gedacht. So. Zack. Handbremse raus. Was geht denn los hier? 145.000 haben wir. Wir sind schon ordentlich unterwegs, ne? Hm. BGA bringt gut Köhler. Ja, das ist richtig. Deswegen, ne, Gras mähen und weiter geht's. Weißt du zufällig, wo das Schmetterlingsmähwerk steht? Unten an der alten Wiese, 36. Okay, dann hole ich das da ab. Boah, ich bin schon lang kein GCB mehr gefahren. Hm. Boah, der ist fast voll. Der ist fast leer. Was habt ihr denn gemacht mit dem? Pfff, keine Ahnung. Ach so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann sein, dass der vielleicht mal an war, wo wir vorgespult haben. Ah jo, das könnte einiges erklären. So, Randy. Hm. Ich hatte ja, wir nehmen das Ganze ja am Freitag auf, wie die meisten von euch wissen. Und, ähm, war tatsächlich schwierig, heute den Termin einzuhalten für mich, weil ich hatte, äh, Panne beim Auto. Hm. War da ein schönes Auto. Ja, mein schönes Auto. Gilt das nicht eigentlich als unserer Störber? Das ist richtig. Aber, ich hatte ein Problem mit dem Antrieb. Okay. Das heißt, wenn ich in der Kurve gefahren bin, hat sich die Hinterachse verkeilt. Also die Hinterachse hat sich mit dem Antrieb verkeilt. Aha, okay. Weißt du, was ich meine? Du bist geradeaus kein Problem. Eingebogen. Die Hinterachse hat komplett blockiert. Okay. Das war nicht so toll. Hm. Ja. Das Geile ist halt, äh, ich hab natürlich hier Garantie und, äh, Mobilität und schlag mich tot, weißt du? Alles Bescheid. Äh, da die, die Jungen angeguckt haben und gesagt, die Jungen, es kommt mal ran hier, das funktioniert nicht mehr, ihr müsst da was machen. Hm. Jo, kein Problem, wir schicken jemand vorbei. So. Stunde später war jemand da. Vom ADAC. Hm. Ähm. Ähm, weil die da wohl irgendwie Vertragspartner sind, schlag mich tot, ich weiß es nicht. So, wurde angeguckt. Ist nur runtergefahren, hab ich gesagt, du musst, du darfst nicht geradeaus fahren, du musst eine Kurve fahren. Er hat Kurve gefahren, es hat alles gequietscht an dem Auto, weil die Reifen blockiert haben. Da hab ich gesagt, jo, das geht nicht mehr, sag ich, absolut richtig, äh, das Ding muss abgesteppt werden. So, hat er mir gesagt, abschleppen, momentan, oh, dreieinhalb Stunden. Sag ich, ich kann jetzt hier nicht dreieinhalb Stunden stehen bleiben, weißt du? Hm. Weil dann hätte ich den, den Aufnahmetermin hier nie im Leben geschafft. No way. Hm. 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 Und ja, jetzt haben wir uns halt geeinigt, dass das Auto stehen bleibt, dass der Schlüssel aufgelegt wird. An, ähm, am Vorderrad. Hm. Und dass die dann einfach irgendwann das Auto abschleppen und ich bin jetzt im Taxi nach Hause gefahren. Mhm. Nur damit ich diese Folgen hier aufnehmen kann. Das ist Wahnsinn, Werner. Du hast eigentlich den, das ist, du hast den Aufwand, das Verdienstpreis gewonnen. Wahnsinn. Manche andere wäre eine Vorderstelle zu spät gegangen. Ja, ist richtig. So. Aber, nee. Das hat mich, das hat mich echt geärgert, weil das Auto ist eigentlich fast neu, weißt du? Das ist jetzt nicht mal ein Jahr alt. Okay. Dann kommt sowas. Zu neu erst? Ja. Ich dachte, den fährst du schon länger. Nee, ich habe den anderen vorher gefahren. Hm. Äh, nach Marok. Aber, nee, der, dem, was ich jetzt habe, der ist nicht so alt. Der hat keine, fast 20.000 Kilometer drauf. Gar nichts. Mhm. Na, dann dürfte das ja eigentlich nicht passieren. Gar nichts dürfte passieren. Wenn du jetzt nicht durch die hügeligen Gebirge und Wüsten Österreichs gefahren bist, aber glaube ich jetzt eher weniger. Momentan nicht. Nee. Tut wegen, hm. Komisch. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Auf alle Fälle, jetzt überlegt, ich habe mir gedacht, ich habe es jetzt noch gut, weißt du? Ich habe das Ding jetzt irgendwo abgestellt, ich bin nach Hause gefahren, erledigt, weißt du? Der Typ wird mich irgendwann jetzt im Laufe der Aufnahme anrufen und sagen, ich habe dein Fahrzeug abgeschleppt. Ich werde sagen, alles klar, danke dafür. Und, ähm, das war's. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist unterwegs mit einer Familie, du hast, weiß ich nicht, ein Kind, ein Baby, irgendwas. Du musst drei Stunden oder vier Stunden auf den Abschlepper warten. Mhm. Sehr angenehm. Also doch niemanden zumuten, oder? Naja. Die Straße auch nicht. Alles geht. Äh, wo muss ich denn jetzt hier hin? Die Hauptstraße? Ja, ich fahr die Straße. Ja, da habe ich mir schon gedacht, ne? Also, also für mich war ja schon eine Dreiviertelstunde warten, war ja schon Grenze. Weil ich bin, weiß nicht, vielleicht ist das auf YouTube bedacht, ähm, ich habe mir gedacht, bei 45 Minuten warten, ne? Hätte ich schon wieder drei Folgen von irgendwas produziert. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, das ist, du denkst immer in diesen 15-Minuten-Schritten. Das ist richtig. Hm. Aber trotzdem so lange warten, obwohl du überall Mitglied bist. Ja. Eigentlich bevorzugt werden müsstest. Also, wenn du sowas hast, genau, ne? Das juckt die halt nicht. Also, du bist Mitglied, da bekommst, da wird jeden Monat irgend der Partag X abgezogen von deinem Konto, weil du ja Mitglied bist, ne? Und du bekommst auch immer ein Käffchen, wenn du da bist und so weiter, aber wenn es mal wirklich darauf ankommt, gut, ich muss sagen, es war Freitagabend. Es war, wie spät war es? 18.30? 19 Uhr? Ja, kurz vor 19 Uhr, richtig. Weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt noch so viel los ist, aber da muss doch irgendwie ein Notbetrieb oder sowas da sein. Ja, irgendwie schon, du kannst die A24-Tieme anruhen. Ja, aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, wenn ich jetzt, ich stelle dir mal vor, ich stehe auf der Autobahn und habe eine Panne. Ich kann doch nicht drei Stunden auf der Autobahn stehen, das geht doch nicht. Naja, vorher kommt die Polizei angerückt und sagt, du sollst dich da mal bitte wegbewegen. Ja, aber, weißt du, du kannst nichts tun, du bist auf die Leute angewiesen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Und die. Okay, gut, eine Stunde, ja, okay. War gut, auf die Gefahr hin halt einfach noch bis heben zu fahren. Wenn dann was kaputt geht, ist das halt die Garantiefernwerne. Das habe ich gefragt tatsächlich. Ich habe gesagt, kann ich, weil Grad ist ja okay. Also das geht wirklich nur nicht, wenn du 90 Grad rechts und links einschlägst, geht's nicht. Mhm. So, ich kenne die Strecke nach Hause zu mir. Ich habe gesagt, ich könnte nach Hause kommen. Mhm. Nachher sagt er so, ja, aber da kannst du keine Garantie für übernehmen. Ich habe gesagt, alles klar, dann lasse ich ihn stehen. Mhm. Dann kommt er mit dem LKW, weißt du, ist auch kein Problem für mich. Mhm. Mhm. Wenn er gesagt hätte, yo, fahr zu uns. Weißt du, von der Stelle, von mir bis zur Werkstatt wären es, glaube ich, fünf Kilometer gewesen. Mhm. Hätte ich fahren können. Mhm. Aber ich habe mir dann gedacht, wo er zu mir gesagt hat am Telefon, wenn irgendwas ist, sind sie selber schuld, da übernehmen keine Versicherung, gar nichts. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, lass mich in Ruhe, hol das Auto ab und fertig. Mhm. Weil, nee. Äh, ja, wo steht das jetzt hier? Das ist mitten jetzt in der Pampa, oder? Das steht auf dem Privatparkplatz momentan. Auf dem Privatparkplatz, ja. Das ist, das kann auch die ganze Nacht verstehen bleiben. Weißt du, das juckt mich nicht. Ich habe ja noch andere, äh, Autos, mit denen ich fahren kann, ist ja kein Problem. Also nicht meine, sondern ich habe bald was, wo ich fahren kann. Ähm, aber das hat halt nicht jeder, weißt du, nicht jeder hat jetzt noch, äh, irgendwie Möglichkeiten, dass er jetzt noch ein anderes Auto hat. Ja. Das ist richtig. Nee, mir wäre es jetzt eher so gegangen, wenn der Schlüssel dort irgendwo versteckt ist, ich weiß ja nicht, dass da mal jeder kommt und guckt und ach, guck ich an, was haben wir denn hier? Nimm mal mit. Ja, nein, das ist bei uns nicht so die Gefahr. Nee. Hm. Also bei uns ist wirklich, also bei uns wird das sehr häufig gemacht. Wenn du irgendwo ein Fahrzeug abstellst und sagst, yo, ich habe den Schlüssel, der liegt, weiß ich nicht, am Hinterrad oder am Vorderrad oder hier in dieser Klappe oder im Tankdeckel oder weißt du, irgendwas halt. Hm, hm, hm. Das ist, das ist nichts Ungewöhnliches, sag ich mal. Gut, fällt dir auch ein Bild auf, wenn da jener, ein Wildfremder an einem Rad rumgöckt. Ja. Oder rumfremdelt. Ja, ich habe jetzt auch noch niemanden gesehen, der explizit ans Vorderrad rangegangen ist und guckt hat, ob ein Schlüssel liegt, weißt du? Nö, ja. Und selbst dann, geradeaus, kommt er. Ja, weil das ist, äh... In der Kurve fällst du dann öff. In der Kurve bleibt der Schede und läuft weg, weißt du? Also, ja, ja, weil das auch nicht. Das war, da hat mich schon, äh, ja. Das ist schon mal kacke, wenn dein Auto nicht funktioniert, das ist schon mal Nummer 1, da denkst du dir, oh, nee, kann nicht sein. Dann erzählt dir der Typ noch, du musst drei Stunden warten auf den Abschlepper, weißt du? Äh, das ist, äh, nee. Das ist Sacker. Aber, weißt du, der kann ja auch nichts dafür, der macht auch noch seinen Job, der sieht, okay, der LKW-Fahrer hat jetzt noch drei, vier Autos vor mir, die halt vor mir eine Panne hatten und arbeitet sie einfach ab. Das ist richtig, das ist richtig. Im Prinzipiell musst du dann da der Organisation die Schuld geben und sagen, ihr müsst mehr Fahrer hier anheuern oder mehr LKW bereitstellen oder weiß ich nicht was. Hm, hm, hm. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh, na, gut. Wir wollen hoffen, dass dann dein Schmuckstück bald wieder geht. Ja, ich hoffe es auch, du. So, das ist ja ein schönes Auto, ne, kann man ja, kann man ja nicht rumhängen. Klick, würdest du es auch haben. Ne, ich glaube, Klick wollte den, den es bei uns noch gar nicht gibt. Welchen denn? Den gibt es noch im Amiland. Raptor? Ja, genau, genau. Ja, Raptor ist halt noch eine Spur mehr. Ich habe tatsächlich bei mir schon den Raptor Grill verbaut. Wenn hast du so dazu bestellen können. Habe ich direkt genommen, weil es sieht einfach geiler aus. Das ist richtig, ja. Aber den gibt es noch hier nicht. Das wäre halt auch ein geiles Ding. Weiß gar nicht, ob es ihn für hier gibt mit diesen Abgaswörtern. Hm, nee. Ich glaube nicht, dass er... Na, obwohl er hat irgendwas gesagt. Ich glaube, irgendwo hieß es, dass er auch für Europa kommen soll. Halt nach einer anderen Version, aber... Ich erwarte ja immer noch ganz hart auf das Mercedes-Modell. Pick-up. Ach so? Ja, die X-Serie, glaube ich, ist das von Mercedes. Die bauen ja auch jetzt so ein Pick-up. Okay. Wer weiß, was der wohl da kostet? Der kostet ein Vermögen wahrscheinlich. Das ist doch hier... Wie hieß denn... Die G... Mercedes hat auch eine G-Klasse, oder? Ja. Diesen 6x6er, oder was das da für einer ist, den der noch mal hatte. Äh, ja, ja. Dieser 4x4 hoch 2. Oder 4x4 hoch 2, ja. Genau, genau. Das ist ja auch so ein Gelände-Ding. Das ist jenseits von gut und böse. Er hat ja auch Leistung unterm Arsch. Aber ich glaube, der war ja... Der hat ja auch gekostet, wie... Ja, hör mir auf. G-Klasse ist auch eine geile Sache, ja. Ja gut, aber nicht so geländefähig, wie jetzt die Dinger von Ford, ne. Weil die Dinger sind ja nur hoch. Das sind extrem hoch, ja. Ja, der Raptor und Co, ne. Da kommt die G-Klasse, die liegt ja noch relativ unten. Ich glaube sogar, dass der Land Rover Defender, das ist ja das Offroad-Auto schlechthin, ne. Hm, hm. Dass der auch noch eine Spur tiefer ist, als wie der, der, ähm... Ranger und Raptor und wie sie alle heißen. Hm, hm. So, wo haben wir es denn hier? Läufst du noch? Läufst du noch? Läufst du noch oder stehst du schon? Hm. So, gucken wir mal. Haben wir eigentlich mittlerweile jetzt, äh, einen Trescher mit reingenommen? Ne, ne? Einen Trescher? Achso, den du mir mal vor Ewigkeiten geschickt hast? Ja, genau, den. Ich müsste dich jetzt anlügen. Nö, nö. Also, du hast gelogen, das heißt ja. Richtig. Okay. Doppelte Verneidung, ey. Was heißt denn Arbeitsmode? Achso, üpsi. Ja, der Nachteil natürlich ist, äh, wenn man nicht vorbereitet ist, dass das Auto kaputt wird, was man natürlich nicht vorbereiten kann, dass ich jetzt keine Zeit mehr hatte, irgendwas zu essen und ich jetzt mega den Hunger schiebe hier. Hm, na gut, ich hatte aber heute auch noch nix. Ja. Muss ich in der Tat zu geben. Problem ist, bei mir, wenn ich nix zu essen gehabt habe, ne? Hm. Also, du hast ja diesen normales Pensum am Tag, was du isst und so weiter. Und wenn das irgendwie nicht, nicht, nicht stattgefunden hat, das Essen, ne? Hm. Dann, weiß ich nicht, irgendwie bist du dann nicht so, weiß ich nicht, wie nennt man das? Bist du irgendwie nicht so 100% da, weißt du? Ja, dir fehlt halt Energie, theoretisch. Komplett. Dir fehlt alles. Dir fehlt Energie, dir fehlt wahrscheinlich auch ein bisschen Zucker, wenn du relativ süß isst. Hm. Hm, aber Frühstück und Mittag hast du da, oder? Ne, gar nix. Gar nix, also noch gar nix. Ne, ich hatte einfach die Zeit heute nicht. Nicht mal früh? Ne. Okay. Früh hat schon gereicht, dass mein, ich, auch ne ganz, ne ganz, 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 ganz kurze Story noch. Ich habe ja ein Huawei-Telefon, ne? Huawei, äh, Dingens. Wecker, immer funktioniert. Ich habe drei Wecker übrigens, ne? Also dreimal alle fünf Minuten, dass ein Wecker klingelt. Hm, hm, hm. So, ich gucke heute Morgen drauf, war es, glaube ich, eine halbe Stunde danach, wo ich aufstehen sollte, gucke drauf aufs Handy, was sagt er mir, äh, Software-Update wird durchgeführt. Dann wäre, alles klar, weißt du? Schon wieder alles für den Arsch gewesen, heute Morgen, ey, und dann, ja, dann noch mit dem Auto und ach, hör auf, ey. Alles klar. Naja, wenn Software-Update wichtiger ist, als die Wecker funktionieren. Ja, weiß nicht, keine Ahnung, warum das alleine hat, einfach angefangen, das Update zu machen, weißt du? Ja, darf es eigentlich gar nicht. Von der unnötigen Zeit. Hm. Aber ich glaube, ich habe das jetzt schon eineinhalb Monate vor mir hingeschoben und habe gesagt, später, später, später. Hm, hm. Und irgendwann hat sich seine Hände gedacht, du nicht, Kollege, ich mache das jetzt einfach. Hm, das kann halt auch so sein, ne? Gut, dann darf ich sie. Gut, aber, liebe Leute, trotz allem, ähm, sind wir fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne beim Kollegen Sachsen in der Video vorbeischauen. Und wir sehen uns morgen wieder, bis dahin. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüttelü. 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 Vielen Dank.